Ups, Sie haben es schon wieder gemacht. In meinen Augen ist heute ein schwarzer Tag für die Demokratie, ein schwarzer Tag für das Parlament und ein schwarzer Tag für die Vernunft. Es ist dafür ein Triumph für alle Panikmacher, für diejenigen, die gerne Angst schüren und für diejenigen, die gerne die Menschen drangsalieren. Was ist passiert? Der Deutsche Bundestag hat heute das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Das alte wäre ja ausgelaufen, beziehungsweise die Sonderregelungen wären ausgelaufen. Und man hat dabei in meinen Augen die Realität einfach zur Seite gedrängt. Man hat sich eines Hütchenspiels bemächtigt, um das Ganze durchzudrücken. Diese neuen Möglichkeiten für Schikanen der Menschen, für Maßnahmen, wie man die Einschränkung von Grundrechten und vom Grundgesetz heute in orwellscher Manier nennt. Und all das ist jetzt dann bald schon wieder möglich. Man hat also die ganzen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das alles wieder losgeht, dass wir wieder ein Déjà-vu erleben. Nicht alles, aber maßgebliche Teile. Worin besteht das Hütchenspiel? Schon ganz zu Beginn der Corona-Zeit haben namhafte Wissenschaftler und Kritiker gefordert, dass man eine Studie machen muss und schauen muss, wie viele Menschen sind bereits grundimmunisiert, also sind bereits mit dem Virus in Kontakt gekommen. Es gab da einen Versuch und die Ergebnisse wurden dann aber zur Seite gewischt, wie Kritiker sagen unterdrückt. Und ewig für diese Pandemie ist nichts passiert. Und erst im Juni, also das muss man sich mal vorstellen, mehr als zwei Jahre sind vergangen, hat man das dann in Auftrag gegeben. Vorschungsministerium unter anderem auch mit der Begründung, das sei wichtig, um zu sehen, was man im Herbst machen könne. Jetzt wird das Ganze völlig umgedreht. Jetzt sagt man, nein, man hatte nie vor, das Ganze mit den Beratungen für das Infektionsschutzgesetz zu versehen. Also im Juni sagt man, das brauchen wir, um zu sehen, was man im Herbst macht. Jetzt sagt man, brauchen wir nicht, um das zu sehen. Die offizielle Version der Bundesregierung ist, dass die Studie ja noch nicht fertig sei. Und dieser Version sind auch die Abgeordneten gefolgt. Die Studie ist nicht fertig, also stimmen wir ab, als hätten wir keine Erkenntnisse. Diese Erkenntnisse gibt es, aber sie sind sogar im Internet nachzulesen. Es gibt einen Zwischenbericht dieser Studie, meiner Seite, verlinkt in den Artikeln. Und da sieht man, ich glaube, Abbildung 2 ist, das kann ich vertun in der Ziffer, da ist die Kurve zu sehen, wie viele Menschen quer durch die Altersgehorten nicht grundimmunisiert sind. Die ist in der Farbe Rot zu sehen und die Farbe Rot ist dort verschwindend klein. Ich glaube, es sind ein oder unter einem Prozent. Und der von mir sehr geschätzte Arzt und Autor Gunther Frank, der auch für meine Seite schreibt und für die Achse, hat gesagt, das belegt ganz klar, es sind keine Maßnahmen mehr erforderlich. Wir sind in einer Endemie, also etwas Ungefährlichen. Er sagt das noch drastischer. Aber hier auf YouTube muss man ja die innere Schere haben. Endemie müsste noch durchrutschen, weil das ist wissenschaftliche Erkenntnis. Und in einer Endemie sind keine massiven Einschneidungen mehr möglich. Was für eine Eselsbrücke, was für ein Hütchenspielertrick hat diese Regierung jetzt angewandt? Und diese Abgeordneten, sie sagen, das Ganze ist noch nicht validiert. Also ich sage es jetzt mal drastisch, es ist so, wie wenn jemand mit einem schlechten Zeugnis nach Hause kommt und sagt, ja, aber das ist noch nicht validiert. Und dann die Eltern, oh, Entschuldigung, dann entscheiden wir ganz anders, weil es noch nicht validiert ist. Also es ist offensichtlich, aber es muss noch jemand sein Häkchen dran machen. Und weil jemand sein Häkchen nicht daran macht, darum schneidet man die Bürgerrechte ein. Denn jetzt kann jemand entgegnen, ja, in der Wissenschaft ist das üblich, da muss eben validiert werden. Ja, in der Wissenschaft muss validiert werden. Aber wenn ich Erkenntnisse habe und wieder diese Erkenntnisse massiv Grundrechte einschneide, den Bürgern Freiheiten nehme bzw. die Möglichkeit dazu schaffen, dann kann ich mich nicht hinter der Validierung verstecken. Und dann muss ich entweder sagen, wir warten damit noch ab, bis es validiert ist, oder ich muss sagen, in dubio pro Bürger, im Zweifel für den Bürger, dass ich das nicht nehme. Und sind wir ehrlich, dass dieser Zwischenbericht jetzt durch die Validierung völlig auf den Kopf gestellt wird, das ist verschwindend gering bis null und nichtig, diese Möglichkeit. Wir haben ein Parlament, das genau das macht, was man Kritikern der Corona-Maßnahmen ständig vorwirft, dass die Wissenschaft und Erkenntnisse einfach ignoriert, sich einfach über die hinweg setzt, das in einer eigenen Realität lebt und das Panikmachern wie einem gewissen Ministern, die in meinen Augen gerade so eine Wolllust schon daran empfinden, dadurch empfinden, dass sie Angst verbreiten, dass man denen in Kadavergehorsam folgt. Traurige Stunde für die Demokratie, traurige Stunde für den Rechtsstaat und im Ausland lachen sie nur noch über uns, die schütteln nur noch den Kopf und sagen, was ist mit den Deutschen los. Kleines Detail am Rande, in Berlin gab es eine Demonstration, da war der Markus Heinz, der Anwalt der Corona-Kritikermaßnahmen, den hat man da vorübergehend festgenommen und hat ihm das Handy geschlagnahmt. Soweit sind wir schon in Deutschland. Also Kritik an der Regierung ist gefährlich. Danke fürs Zuschauen, ich hätte gerne bessere Nachrichten für euch gehabt. Alles Gute, schaut wieder rein. Danke, ciao. Tschüss, 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 tschüss.